Hallo meine lieben Freunde zu einer neuen Folge Minecraft. Und irgendwie, irgendwie kriege ich das hier nicht gecraftet, deswegen bin ich der Meinung, Konsti bitte stimme zu, dass ich, wenn ich zwei solche Slabs wegwerfe und aus diesen wird gecraftet, dass ich mir dann ein Shizzled Stonebrick ercheaten darf. Konsti? Ja. Weil, du kannst ja auch mal gucken in der Wiki, so lassen die sich zusammencraften. Stonebrick Slap, Stonebrick Slap, entsteht Shizzled Stonebrick. So geht's auch nicht. Und, aha, so, probieren wir's nochmal aus. So geht's auch nicht. Ja, wenn's in der Wiki so steht und es geht nicht, dann ist ja irgendwas. Dann ist irgendwas faul, ne? Auf alle Fälle, ich kann sie mir ja cheaten. Werf aber ein paar wegwerfen. Ja, da werde ich jetzt genau gucken, was ich, äh, mir wegwerfe. Ich werde jetzt erstmal ganz viele von diesen Slabs machen. Konsti? Damit ich... Weinwood. Konsti, wo liegt Weinwood? Ne Ahnung. Tja, aber gut. Weißt du, was Weinwood ist? Nein. Ähm, echt nicht. Weißt du, es ist echt nicht? Nein, ich weiß es echt nicht. Ich ändere das Resortsback, das sieht scheiße aus. Ich nehme wieder das Vortex. Ne, es sieht nicht scheiße aus, es passt nicht zu mir. Ich... Ich nehme lieber Sortix, wenn wir... Ja! Alter, sieht das so schön aus. Das hier. Okay, lass mal, lass mal bitte Nacht. Nacht lassen. Ja, ja, ich möchte noch ein Creeper. Okay, tu das. Ähm, die baut man... Wie viel kriegt man da raus? Ähm, weil das weiß ich nämlich auch nicht. Stone. Creepsel, Sportmile, Creepsel, und... Stone. Hm? Da kriegt man einen raus. Einen kriegt man da raus, Konsti. Was kommt wieder? Werbung. Ach, scheiße. Warum Werbung? Ja, ich bin ja auf dieser Internetseite, ne? Und das ist doof. Gut, haben wir hier irgendwo Lava ganz schnell mal? Damit ich das da reinwerfen kann? Oder ist ein kleiner Baby-Zombie? Na komm, kleiner Baby-Zombie. Na komm. Jo, brav. Na komm her. Jo, jo, brav. Jo. Wohne mal bitte, Creepsel. Inner war neben deinem Haus. Ich hab ihn getötet. Oh, er hat keine Karotte gespawnt. Aber ich hab einen Gunpowder. Okay. Auch das Gunpowder. Ja, ich hab noch welche zu Hause. Im Auto sind noch viel mehr Gunpowder. Oh, riskant. So, Stonebrick Slaps. Stonebrick Slaps. Ähm. Ne, so. Den Rest werfe ich wieder weg. Dafür werfe ich das weg. Da hab ich jetzt wieder das. Dann kann ich mir hier raus was machen. So. So. Ähm. Ja. Wir gehen mal wieder hoch. Ich hab jetzt schon 1 Stack und 32 Schiseled Stonebrick. Mir ercheatet. Beziehungsweise erzaubert kann man da fast schon sagen, oder? Erzaubert. Hä? Oh mein Gott. Ich wär beinah ertrunken. Dammit. Ich wär beinah ertrunken. Was ist denn so dammit? Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das grad knapp. Darf ich tag machen? Nein. Aber ich brauch den Tag, sonst sterbe ich. Äh, ich mach dann gleich wieder Nacht, wenn ich oben bin. Ich brauch Krippsel. Warum krippst du? Krippst, krippst. 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 Der passiert dann. So. Mal die Pause. ähm, so ähm, so so und so weißt du, ne, wenn man normal läuft in Minecraft läuft man 16 km pro Stunde hab ich gesehen, die Folge kein Problem ja, ich aber auch kann ich ganz wieder Tag machen nö so okay so und so hier hab ich noch ein bisschen kurbel das kann ich noch vorbrennen ähm, find ich irgendwo Diaz ach, schade okay, okay, ich cheat hier nicht mehr ähm oh, das nervt dieses Gemur Konsti direkt neben mein Haus oh, ich dachte schon, ich fahr hier runter dass die Lava nicht weggeht wenn der Regen rauf fällt ne, das war dumm ne, das war dumm so einmal Schüssel Stormricraw entschieden hallo oh so und so du könnt ja in der Folge sehen dass ich immer schön wegwerfe so und so und so und wieder ein Stack so und so und wieder ein Stack so so jetzt kann ich mir noch ein Stack machen und so sonst kann ich noch zwei machen ein, zwei und das wegschmeißen und das wegschmeißen ging genau auf Konsti ich hab genau die richtige Menge aber ich brauch Essen we are swimming in the river yeah, yeah äh, schwimm nach oben irgendwie kommt mein Minecraft nicht mit dem wasserklar aber FPS sind in Ordnung da rein kann es nicht liegen ich war das nicht was ist das für ein Block gewesen hau ab ja, ich geh ich hab ein Herz ich hab ein Herz ich, ich, ähm bau mich nach oben ich hab nein, warte ich hab die Leitung ich hab Leitung okay ich wollte eigentlich was essen ich wollte eigentlich was essen aber ging nicht ich wollte nur gucken was du hier machst aber ich soll es ja noch nicht sehen okay wenn ich hier nicht erwünscht bin dann kann ich das akzeptieren äh, Brot äh, wie, 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 wie ja, gut dann nehm ich mir mal meine Spitzhacke und werde mich darunter begeben happy, 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 happy äh, wie mache ich denn das jetzt so hier, ne oh, jetzt bloß nicht in den Neter gehen blöd, dass du das Portal schon gesetzt hast okay okay, du hast gehört, was das werden sollte, oder? Nee. Ich bin so traurig. Hat nicht geklappt. Lol. Ich bin so traurig, Basti. Was? Wir können das Loch zumachen. Ich wollte eigentlich eine Falle für dich machen. Hä? Ach, TNT gebaut. Ja, und es ist explodiert, weil ich dumm war. Alter, war richtig scheiße. Ich habe halt Leitern gebaut und dann wollte ich da lang und habe die Leitern abgebaut, sodass du dann runterfallen würdest, wenn du da reingehst. Und die Leitern sind aufs TNT gefallen und das TNT, äh, auch die Druckplatten. Dena, Dena halt, ne? Wie Dena. Ja, so für Dena. Du bist genauso, wie Dena. Okay, was, äh, was, ich muss, glaube ich, aufhören. Das musstest du vorhin auch schon, ne? Ja, ja, aber jetzt ist ja eigentlich richtig. Nimmst du es noch auf? Okay, ich verabschiede mich dann. Ciao. Vielleicht bin ich auch immer wieder dabei. Vielleicht auch nachher. Na, wenn meine Cousine da ist, eher nicht. Warum nicht? Und? Erlauben das deine Eltern nicht? Nee, meine Mutter, da würde das nicht erlauben. Meine Cousine will sowieso nicht, dass ich spiele. Also, bis dann und ciao. Okay, ciao. Tschüssi, tschüssi, tschüssi. Tschüssi. Tschüss. Jetzt ist der endgültig weg. Schade. Aber da können wir jetzt mal produktiv hier ordentlich was bauen. So. Ihr habt gesehen, die Folgen kamen jetzt irgendwie unregelmäßig. Genau. Nein. Ach, bitte komm raus. Ja, es kommt, glaube ich, raus. Es kam raus. Es kam raus. Aber das ist nervig. Ich glaube, so viel brauche ich gar nicht. Aber egal. Hoi. Ich werde dann auch erstmal die Aufnahmesession pausieren, wenn ich das hier fertig habe. Und ich werde dann noch ein bisschen... Naja. Ich werde dann mich hinlegen. Das nehme ich schon eins, nur. Und in den Ferien schlaufe ich nur mal sehr viel. Um ruhig dich aufzutanken. Für die Schulzeit dann. Das muss einfach gemacht werden. Und dann war es das dann erstmal mit der Aufnahmesession. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst wie immer einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Zu der Frage, ob es euch gefallen hat. Und wenn es euch nicht gefallen hat. Auch du Sprotti. Oder wer auch immer den Dislai gegeben hat. Sei ehrlich. Und überlege, ob du wirklich einen Dislai geben wolltest. Oder ob du uns einfach nur eins auswischen wirst. Auf alle Fälle. Hallo, Frau Marsch. Ja, aber ich werde jetzt erstmal die Aufnahmesession pausieren. Wie, darfst du jetzt wieder spielen, oder was? Ja, nur noch ein paar Minuten, weil meine Cousine ist noch nicht da. Ich dachte, weil ich die Tür zugegangen ist, dass meine Cousine gekommen ist. Aber es waren nur meine Eltern. Meine Cousine ist noch gar nicht da. Deswegen darf ich noch, bis meine Cousine kommt. Ja, nee, nee. Ist der Mauriz eigentlich immer noch in die verknallt? Nee, nee. Er wartet jetzt schon eine Zeit lang in Steffi. Wer ist noch wieder Steffi? Aber es regnet ja. Ja, ich hab's einfach angelassen. Ich fand das so atmosphärisch gut. Aber eigentlich wollte ich die Aufnahmesession jetzt pausieren. Nee, jetzt ehrlich, Mann. Ja, ja, ja. Ja. Äh, also, noch nicht. Nein, du hast es schon gesehen. Scher dich weg. Scher dich weg. Scher dich einfach weg. Scher dich weg. Scher dich weg. Ja, warte mal. Ähm. Ach, Mann, das macht doch keinen Spaß, Konsti, wenn du immer wieder offline gehst. Das bringt uns doch alle nichts. Okay, meine Cousine ist da und tschüssi. Tschüss. Ich sag doch, Konsti, du weißt nicht, was du willst. Tschüssi. Tschüss. Okay, dann warst du das jetzt offiziell mit der, mit den Parts. Ich werde mir jetzt hier noch die Stufen craften. Vorher so viel bräuchte ich gar nicht. Wie viel kommt da raus? 6. Okay, dann werde ich mir jetzt 12er machen. Und werde ich diese Aufnahmesession jetzt endgültig pausieren. Ich finde, das ist schön geworden. Oh, nee, das ist doof. Nee, das ist doof. Da werde ich lieber von oben graben. Ich werde jetzt noch die XXL-Folge hier machen. Werdet ihr nochmal alles checken, bevor ich dann offline gehe. Nicht, dass Konsti ja noch irgendwas veranstaltet hatte, was ich nicht mitbekommen habe. Denn ich muss mir ja noch angucken, was er hier gebaut hat an der Farm und so. Das könnte ich mir noch gar nicht so gründlich anschauen. Und ihr fragt euch jetzt sicher, warum ich das hier hochziehe, weil es sieht doch hässlich aus. Ich werde mir ein kleines Häuschen bauen. Nur so ein Portalhaus, wo man also runter geht in die tiefe Schlucht. Wenn es irgendwann Obsidian-Türen gibt, werde ich diese Tür, die ich jetzt aus Eisen bauen werde, natürlich durch eine Obsidian-Tür umtauschen. und es liegt, nee, es liegt gar nicht. Es liegt überhaupt nicht. Was bete ich mir da ein? So, 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 so. Da kommst du immer mit seinem Fromage, Fromage. Ja, so viel dieses Ding. so, 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 so. Ich muss dann noch eine Leiter holen, für, ach doof. Oh, schon wieder reicht es nicht. Gut, dann werde ich jetzt mal die Treppe holen. So, eine Treppe, dann bastel ich mir schnell aus dem Eisen, das kann man gleich nehmen. Eine Tür, Werder, 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 ich habe keinen Cobblestone mehr, doch habe ich. Eins, zwei, drei, vier, das geht gar nicht. Kann man das nur Stein machen? Ja kann man. Habe ich nur Stein irgendwo? Ne, habe ich nicht. Dann mache ich mal einen Knopf und eine Druckplatte. Gibt es auch nicht? Was ist das für ein Schüssel? Dann muss ich mir jetzt nochmal schnell was zusammenbasteln. Ah, mir fehlt schon wieder ein Hungerbalken. Ne, das sieht doch doof aus. Das müssen wir noch schöner machen. Ja, das kriegen wir noch schön ein. Und da unten. Und da unten noch falsch. Ne, vier, 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 vier. Zwei. So. Jetzt nur. Nein, 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 nein. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da. Da, 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 da. platzieren. Die merken uns gar nicht, dass sie nerven. Ah, falsch gesetzt. So, ich weiß natürlich, dass das von hier aus nicht geht, aber das ist mir egal. So, und dann geht's die nächste Aufnahmesession in den Nähtag. So, die Leiter noch platzieren. Und dann gucken wir uns noch mal alles an. Essen vorher noch ein Stückchen. Ah, so unser fettes Nähtag. Warum ist das jetzt im Ordner? Ach, das ist doch doof. Und ich hoffe, in nächster Folge sind diese ganzen Bugs einfach. Ein für alle Mal weg. Cook it, Porkchop. Bevor es Nacht untergeht. So, hier kann man schön Krios necken. So, Schubs rein. So. Ich hab Konti zwar aufgetragen, dass hier die Weizenfarm ordentlich zu machen, aber hat er nicht gemacht. Na, egal. Dann mach's ich halt nochmal. Ich meine eigentlich, dass er das ordentlich platzieren sollte. Irgendwohin. Dann werden wir die nochmal paaren. Ordentlich. Steigen nochmal ein. Und dann war's das mit dieser Folge Minecraft. Together. Ciao.